So, und wir gehen in die Hütte der Folter. In die Folterhütte. Oh, eine super. Eine einladende Scheune des Gruselns. Fantastisch. Finden wir hier draußen noch was? Is there something? Wait! Wait. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Ja. Ja. Arsch! Ah! 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 Oh! Toff! Hasta luego! Ja, schöne Scheiße. Der Bürgermeister ist zum super ekligen, super ekligen Typen. Notiert. Ah, wir rennen. Oh, shit. Fetten Buddyslam gerade abgekriegt. Das war nicht so geil. Oh, Mensch, den Arm. So ein Totkletter noch. Vielleicht nehme ich mir auch einfach mal so ein kleines... Snack gibt mir so ein Halbakt hier. Vielleicht nehmen wir auch die Shotgun. Wäre auch nicht verkehrt. Oh, so. Ah. Oh. Shit. Den Henkel hat sich gerade gar nicht. Kommen Sie in den Kumpel? Okay. Ja, das, äh, liegt ja so total gut. Das ist total toll. Scheiße. Ja, dann müssen wir auch nochmal ran. So. So. Irgendwas hinten haben wir einen Scheiß, Alter. Nein, das bin ich! Äh, äh, äh. Oh. Oh, fuck. Voller Crunch. Nein. Alles. Echt, äh. Oh, fuck. So. Haben wir ihn schon erstmal halbiert. Oh, was. Egal. Schon ein bisschen Dead Space Style. Das gibt's doch nicht mehr. Sag mal. Oh, wo ist er? Wo ist er? Stimmt, er hangelt doch. Was ist er? Was ist er? Er hangelt doch jetzt irgendwie rum hier, ne? Boah, Mann. Der hat eine Power. Mh. Probieren wir uns vielleicht nochmal mit der Schakal. Wuhuu. Wuhuu. Okay. Alles klar. Na, das war ja... Na, das war ja was. So. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich nehme erstmal die Kohle. Das Auge schnappe ich mir ein bisschen später. Ich... Ah, Mann. Ich hätte auch mal ein paar rote Fässer jetzt abballern können. Ach, ich bin so ein Noob. Ein Noob bin ich. Ich sag mal schnell erstmal die ganzen Sachen hier ein. Irgendwie bevor wir irgendwie wahrscheinlich die nächste Sequenz trägern, dann nehmen wir das Auge auf. Nichts verkommen lassen hier. So, ja, das war quasi der Bürgermeister. Bitore ben des. Ein harter Knochen. Schnell und kraftvoll der Typ. Irgendwie kann man nicht anders sagen. Also, unangenehmer Typ. Ja, ich muss da ein ekle Auge mitnehmen. Du hältst ein Glasauge. So, okay, alles klar. Und, ihr kennt mich, wir verlassen das Haus nicht. Nicht auf die normale Art der Weise, wir sprengen einfach irgendwo aus, dass es einfach viel cooler ist. Ja, jetzt haben wir natürlich das Auge und jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück zu dem Tor. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht nochmal wieder die Leute hier runterschießen müssen. Sondern, dass wir einfach durchmarschieren können. Oder quasi oben in die Säber einsteigen und unten gleich wieder raus. Und das wäre natürlich jetzt geil. So, hier... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das durchgecheckt haben. Aber es sieht so aus, ja. Ist klar. Dann raus mit uns. Und rein in die Seilbahn. Hurra. Also, diese Setting, ey. Man... Überlege sich bitte, ja. Irgendwo, in irgendeinem so eine gigantische Seilbahn. Für so ein paar Leute, die Heugabeln in den Namen. Also, das ist so ein bisschen... So, okay. Und jetzt... Ich benutze mir das Auge vom Bürgermeister. Heugabeldorf. Interessantisch. Oh. Oh je. Oh je. Oh je. No, 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 no. Sehr geil. Das hätten wir. Oh. Da kommt der Mobauer angeschissen her. So. So. Hoffe jetzt natürlich nur. Sehr schön. Ist klar. Oh. Oh, das... Ist aber üppig. Vor allen Dingen, die hätte ich jetzt übersehen. So, wie schön, wie schön, wie schön. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Müssen wir nachladen. Und dann geht's weiter Richtung Schloss. Auf der anderen Seite der Brücke. Ja. Ich bin der Brücke. Du gehst das. Okay. Ready? Ja. So, und wir sind im Schloss. So, das Schloss ist auch ein sehr, sehr geiles Setting. Und, ja, ja, wir gucken mal erstmal, was uns jetzt hier erwartet. Wir haben erstmal ein paar Fässer, die wir auf jeden Fall erstmal looten können und werden. Ja, hier beim Schloss-Setting werden auch sehr viele Raumkämpfer, also viel, ich nenne es mal ernst, vor sich Häuser stattfinden, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Oh, die Schlange. Oh, 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 oh. 5000 Pesetas, sehr geil. Da sagen wir doch mal Danke. So, und wir haben hier den Händler. Können wir das nehmen? Nein, wir können es nicht nehmen. Doch, wir können es noch nehmen. So, wenn wir Glück haben, können wir jetzt nämlich einen etwas größeren Koffer kaufen. Glaub ich zumindest. Na, es gibt auf jeden Fall eine Aktualisierung. Jawohl. 40.000. Oh, okay, alles klar. Und wir haben die erste Magnum hier am Start. Und die ist auf jeden Fall finster. Die ist auf jeden Fall finster. Ich würde es mir aber noch nicht kaufen. Neues Schrotgewehr haben wir auch. Das hat auch wirklich gut Power. Aber auch das würde ich mir erstmal nicht kaufen. Sondern ich plädiere so ein bisschen auf das Sturmgewehr, das halbautomatische. Das ist ein echt gutes Sniper. Und, ähm, ja. Das ist so ein bisschen das Nächste auf meiner Wunschliste. So, aber wir können erstmal nochmal die Feuerkraft verbessern. Die kapaziert auch gut. Die dann auch mit. Was haben wir denn noch? Das Gewehr, wie gesagt. Ah, beim Gewehr ist halt auch das Problem, dass wir irgendwann an einem gewissen Punkt wirklich ein echt geiles, äh, also ein echt geiles Schrotkniftel. Ja, was ist das eigentlich irgendwie? Das ist so eine Mischung aus, ja, das ist ein halbautomatisches Schrotgewehr. Und das haut richtig gut. Hat eine gute Kapazität irgendwie. Und, ähm, ja, ich glaube, da würde ich gerne drauf hinsparen. So ein bisschen. Was zu verkaufen? Haben wir da auch was? Bestimmt ein bisschen. So, der Bierstein. Der Bierstein war fertig. Wow. 20.000 Pesetas. Das ist geil. Den haben wir jetzt raus. Skull. So, der Rubin ist einzeln verkaufbar. So, dann schauen wir noch mal kurz, wie es jetzt hier aussieht. So. Und man muss wirklich um jedes bisschen Platz hier wirklich kämpfen. Ja. Muss man so zu sagen. Jetzt haben wir es alles so ein bisschen schick gemacht. Irgendwie, wir könnten jetzt auch das Gewehr kaufen. Es würde sehr, glaube ich, von, ähm, rein von den alten Slots würde es hinpassen. Aber wir hätten dann nur fünf weitere freie Slots zur Verfügung. Und das ist extrem knapp. Also, würde ich es jetzt noch nicht kaufen. Wir schauen jetzt erstmal weiter ein bisschen uns das Schloss an. Und, ähm, ich weiß ja nicht. Für die Leute, die jetzt, äh, äh, von mir aus Village schon gesehen haben. Naja, so Resident Evil 8. Merken die Parallelen, ja. Wir sind erst in einem Dorf, dann wieder in einem Schloss. Und es ist, ähm, ja, also die, die, die Parallelen sind einfach da. Die sind einfach da. Und da merkt man einfach, wo sich orientiert worden ist. Auf welchem Spiel. So, jetzt treffen auch natürlich auf die Kultisten. Und die sind schon krass. Die sind schon krass. Wait! Kochetlo, 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 kochetlo. So, hier muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Weil, äh, die... Mönche haben... Was bist du? Die Mönch haben nämlich die blöde Angewohnheit, äh, 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 zu verschleppen. Äh, äh, und, äh, mich hier mit scheiß Katapulten zu beballern. Sit pak. So, deswegen sagt sie das Spiel natürlich gerne, hey, warum probierst du denn nicht mal irgendwie so einen Sniper? Oh, 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 das war jetzt aber nicht so geil. Das war ja nicht so gut. So, jetzt kann man nur probieren, so schnell wie möglich irgendwie einen Punkt zu erreichen, wo man A vielleicht so ein bisschen safe ist. Oh, ich bin nicht ganz so drastisch verkackt. Oh, schnell weg! So, wo ist Ashley? Komm ab. Oh, ich hoffe, sie wurde jetzt nicht zum Ausranken. Ja, das war's. Ah, shit. So, dann habt ihr das auch mal gesehen. Wie schön. Ja, Ashley darf halt nicht so lange allein gelassen werden irgendwie und wird sonst verschleppt. Wartet natürlich alles so ein bisschen noch mehr unter Stress jetzt jetzt und unter Zeitdruck quasi. Also, okay, wir probieren mal hier die, jetzt bei uns hier oben. Und da merkt man langsam, aber sicher wird es Zeit für die Schulterstütze. Ja, tja, Red 9. Okay, gut. Unten ist da dabei. Da könnte ich doch, aber da könnte ich doch. Ja, da ist da. So, okay. So, dann haben wir sie so halbwegs erstmal in Sicherheit abgestellt. So. Hätten wir schon mal das Erste ausgeschaltet. Das Erste von Drain. So, wie gesagt, ich mache es mir jetzt natürlich so ein bisschen selber schwer. Dadurch, dass ich jetzt keine... Kein Scharfschützengewehr habe. Oh. Oh. Wo ist er? Okay. Dann gäbe es Kraut. Das nehmen wir natürlich. Das ist immer gut. So, das war nochmal das eine Katapult. Und wenn wir Glück haben, erwische ich das andere von hier ebenfalls. Ich schaue mal kurz, ob die irgendwie hier ein gutes Fass haben, auf das man schießen kann. Das ist aber nicht so ein Käse. Ah, sa, 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 sa. Hm. Okay. Das blüht. Oh, oh, da kommen sie. Die Adepten des Dummen. So, die scheinen uns scheint auch noch recht schwach zu sein. Aber es wird schlimmer. Das kann ich schon gleich versprechen, dass das auf jeden Fall schlimmer wird. So, okay. Jetzt könnte ich jetzt mal kurz ein Kräuterl nehmen. So. Okay. Ja, man erwischt aber auch nichts von hier. So, wenn ich jetzt hier rüber renne, zu dieser, zu diesem kleinen Bauwerk hier drüben, wird auf jeden Fall das Feuer eröffnet. Und ich kann es jetzt nur probieren. Ai, ai, ai. Mit Loch. Mit Loch. So. So, ich glaube, ich habe es zerstört. Ach ja. Stimmt. Ja, man kann jetzt hier ebenfalls noch Katapult rausfahren. Und, äh, dann halt, äh, sich die Feuerbälle selber rüberballern. Oh, dann kann er ohne so, ja, na bitte. Ach ja, der Tor muss damit angeschossen werden. Mhh. Ach, Mann. Zu lange her, Wahnsinn. Okay. Silencio. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Sachen, ähm, noch präsent sind. Und wie viele Sachen, äh, einfach nicht mehr da sind. Das ist, äh, wirklich erstaunlich nach 17 Jahren. Aber ja, auch irgendwie so ein bisschen normal. So, komm, das machen wir auch noch weg. Oh, schön. Ist noch eine Kiste mit einem Goldarmreif. Das ist ja toll. Den wir mal mit. Setzen wir mal über. So, ist ja noch was. Don't looks like. Oh, nochmal der Händler. Okay. Das ist natürlich die Frage. Welcome. Welcome. Got some rare things on sale. What are you buying? Stranger. Ja, die Schulterstütze, ne? Is that all? Ah, es nimmt so lächerlich viel Platz weg, ey. So eine Schulterstütze, das ist echt, also... Mann. Okay. Ah, ich bin jetzt wirklich echt am überlegen, ob ich jetzt das, ähm, Scharfschützengewehr kaufe. Ah. He, 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 he. Thank you. What are you buying? Aber tut jetzt noch nicht. Irgendwas sagt mir... Warte. Das wird wahrscheinlich ein großer Fehler sein. Aber... Den Händler treffen wir ja noch mal. So, tatsächlich ist die Red Nine mit der Schulterstütze auch, ähm, wirklich echt gut. Leon, wo ist dein aktuelles Location? Wir haben uns entschieden, um in einem Kastel, aber es sieht, dass es ein schlechtes Bewegung ist. Was bedeutet... Well, es scheint, dass dieses Kastel auch mit den Los Illuminados verbunden ist. Sie müssen nicht mehr Besucher hierher kommen, weil sie mir einen riesigen Willkommen geben. Das ist schlecht. Ich habe eine Idee, Leon. Ich brauche Sie... Was? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Mhm. Ja. Das Platinschwert, das nehmen wir uns natürlich gleich mal. Und hier vorne nochmal mal ganz reingucken. Papisetas. So, hier müssen wir mal kurz überlegen. Ich glaube, hier wartet gleich ein Hinterhalt auf uns. Oh, diese Kunst. So, jetzt kommen sie mir alle angeschissen hier. So, jetzt kommen sie mir alle angeschissen. So. Okay, gut, das sind jetzt auch ein bisschen, bisschen viel hier. Nice, das war ein neißen Suplex hingelegt, oh da ist einer, wo denn, wo denn, wo ist denn einer? Ach, unten, der Master Chief, steht noch, den Schwert nehmen, den Schwert einsetzen. Hui. Tja, nun komm schnell, ich bin. Ja, wir haben natürlich jetzt immer mehr mit den Mutationen zu tun. Die Last Plagers, die jetzt da immer mehr aus diesen Kultisten jetzt auch rauskommen und das sind Dorfbewohnern irgendwie und die fressen natürlich viel Mun und naja. Hier ist ein altes Buch, es ist vergebt und nicht mehr lesbar. Zack. Ja, ja, und ihr seht, in diesen Situationen, man ist auf sehr engstem Raum und man muss halt sehr, also ich muss halt halt sehr munitionslastig hier kämpfen. Es gibt bestimmt genug, also genug Cracks, die halt, was weiß ich, mit coolen Moves irgendwie die Leute stunnen, hin irgendwie wegkicken, Suplex machen, irgendwie Messer weg. Nicht auf diesem Kanal. Nicht auf diesem Kanal, liebe Freunde. Leon. Lewis. I've got something for you guys. Uh, what? Oh, shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your compulsions. Look, I know your carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Dammit. The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you- It makes me feel better. Let's just leave it at that. Yeah, he's better with the ladies. Sein Scheiß. Ja, er kommt an die Rand und stellt einfach fest, oh Kacke, ich hab's verloren, nur um uns zu sagen, oh, die Parasiten in uns sind hier schlüpft. Äh, viel mehr kann das jetzt gehen sie nicht ab. Wir haben hier diese ganze Sequenz. So, okay, vorne wird's also zu sein. Und da gehen wir mal rein kurz. Die Tür ist fest verschlossen, ja. Alles klar. Okay. Now enter the castle. Ach, Jesus. Okay. Ah, die sind lachen. Die sind lachen. So, wir schauen mal kurz, ob wir hier noch irgendwas finden in den Ecken. Ansonsten, denke ich mal, werden wir gleich eine Sequenz auslösen, sobald wir die Treppe betreten. Ich habe mich. 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 Ich bin, wenn du dich, wenn du dich das uns wissen kannst. Wer bist du? Ich bin, Ramon Salazar. Ich bin, Ramon Salazar. Ich bin, Ramon Salazar. Der 8. Kastellan dieser magníficen Architektur. Ich bin, mit dem ich bin, Ramon Salazar. Ich bin, meine Brüder. Ich bin, meine Brüder. Nein, danke, Brüder. Meine, meine. Wir haben einen feist. Wenn du dich für dein eigenes Wettbewerb, ich sage, dass du dich selbst verabschiedst und einfach... ...denn uns zu uns. Oder, Herr Scott, du kannst uns die Frau, denn du nicht wert, ich bin, meine Brüder. Du kannst sterben. Ich werde mich nie in einer von ihnen. Nie. Du hast das richtig. Wir finden uns eine Kastellan. Aha. Also, das war der 8. Kastellan dieses wunderschönen Schlosses. Ramon Salazar. Nervener kleiner Wichser auf jeden Fall. Wenn ich es mal wirklich ganz ordinär kurz ausdrücken durfte. Aber seine beschissenen Bodyguards, die Vertigos, die sind nicht ohne. Ja. Aber da kommen wir noch zu. So, okay. Alles klar. So, die... Das Tor hat sich jetzt hier erstmal verschlossen. Stil echt für Resident Evil, ne? Müssen wir jetzt erstmal hier natürlich... ...den Mantik kurz zusammensetzen. Ei, 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 ei. So, wir schauen mal kurz. Okay, in welche Richtung wollen wir uns denn bewegen? Tatsächlich habe ich sogar etwas übersehen. Irgendwo, glaube ich, da oben. Pupo und Edelstein. Ich denke mal, der ist für unsere Maske. Oh, oder? Ne, doch nicht. Doch, ja, wie geil. Sie ist komplett, sie ist komplett. Okay, also, ja, wir hätten jetzt wirklich die Wahl, da lang zu gehen. Das ist, ja, das ist eigentlich der ganze Weg, den wir gehen können. Ha, na gut. Da wollen wir mal. Oha, okay, alles klar. Verschlossen. Eine sehr widerstandsfähige Tür. Vielleicht ein Gefängnis. Oha, das ist kein Versteck. 5000 Pesetas. Das ist ganz gut. Pistole und Munition nehmen wir natürlich auch mit. Ah, ja, alles klar. Luis Sierra fangen. Ich habe erfahren, dass Sierra die Burg betreten hat. Warum er von seiner Flucht zurückkehrt, ist mir unverständlich. Aber wir müssen die Gelegenheit nutzen und ihn fangen. Die beiden Amis holen wir dann, wenn wir Sierra haben. Anscheinend hat er beim Stehlen unserer Probe einige Impfstoffe mitgenommen. Auf die Impfstoffe können wir verzichten, aber nicht auf die Probe. Ich bin sicher, dass noch jemand oder noch eine Gruppe verwickelt ist. Wenn dieser andere unsere Probe bekommt, wird die Welt nicht mehr das werden, was wir wollen. Wir müssen Sierra so schnell wie möglich ergreifen. Ja, das war der sogenannte Burg Newsletter. Immer aktuell. Oh, schön. Was war das? Eine gelbe Pflanze? Das Gelb ist ja gut. Gelb. Gelb ist sehr gut. Also ich würde ja wirklich, es wäre echt toll, wenn man irgendwie die Waffen schnell wechseln könnte. Aber man kann es nicht. Man kann es nicht. Es ist verhext. Du hältst Gefängnisschlüssel. Okay. Du hältst Gefängnisschlüssel, ja. Ja klar. So, okay. Dann werden wir den hier jetzt mal nutzen. Ah ja, das ist knackig. Das ist knackig. So, da würde ich nämlich mal... Wait. Sie nämlich hier parken. Und wir kümmern uns mal um den Gefangenen, der hier auf uns wartet. Ja, das ist tatsächlich relativ knifflig mit dem Typen hier. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. So, der Wolverine, wir Arme hier, hat insofern die Fähigkeit, total blind zu sein. Aber er hört verdammt gut. Uh, alles klar, nice, das hätten wir ganz gut geklärt, die Kiste. Äh, 100 Schuss für die TMP, naja. Es gibt Schlimmeres. So, okay, dann gehen wir nochmal schnell hoch. Ja, Matano, dann kommt mal ran hier. Diese Scheißlassplagers, das ist echt widerlich. Nicht nur, dass das total eklig ist. Oh. Oh, fuck. Ah. Ist hier noch einer? Oha. Oha. So, jetzt haben wir natürlich rauszuholen. Das ist noch 83 Schuss für die TMP. Jetzt müssten wir wahrscheinlich mal ein bisschen mehr mit der Red 9 unterwegs sein. So, was ist der nächste Part? Oh, je, mini. Ah, das sind doch auch jetzt alles. Das sind knackige Abschnitte jetzt hier. Okay. Und da haben wir es nicht. Ah, hier ist da halt. So, dann kommt mal mit. Und zwar, ich würde jetzt hier unten Stellung beziehen. So. Oh. So, Freunde, für euch habe ich was ganz besondert. Oh, das kommen immer mehr. Oh. 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 Okay. Oh. Ach, Emilie. Okay, ihn haben wir, ihn haben wir, ihn haben wir. So, wer lacht? Kriegt schon mal gar nichts. So, was ist jetzt hier? Na, komm. Zuplex, Bitch. Na. Hm? Oh, er ist hier drin. Er ist hier drin. Ah, ich hasse es, ey, wirklich. Das ist doch nicht cool. Nein. Und damit haben wir hier schon eine Kurbel. So, okay, zack, die Frage, wie viele laufen von den Typen rum? Au, nicht so geil. So, okay, zack, 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 zack. So, Faschisi, können wir hier schöne Flinten-Munitionen? Ah, Mann, Mann. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, jetzt pfeifen wir wieder auf dem letzten Loch, das ist da fürchterlich. So, okay. Das war's für heute. So. Okay. Ich hoffe, das war es jetzt hier erstmal. So. Wir sammeln nochmal schnell erstmal alles ein. Das war jetzt auch ein bisschen unstrukturiert. Das tut mir kurz leid. Das geht bestimmt ein bisschen flüssiger. Aber tatsächlich gerucht ja anscheinend noch irgendwo einer rum. Was kann ich mir sonst diese schreckliche Musik nicht erklären. Verwenden Arschle Leonid Lönerts. So. So, was natürlich das sein kann. Mal kurz schnell geschaffen. Wahrscheinlich werden dann oben noch welche sein. Okay, gut. Dann lassen wir erstmal kurz die Brücke runter. Oder was das da sein soll. Warte. Können wir zur Seite raus? Das geht gar nicht. So. Arschli. Und? Und? Okay. Das ist diese Mucke. Why? Warum ist die Anzeige jetzt hier diese Musik? Das würde doch eigentlich nur heißen, dass ein Feind noch lebt. Aber warum? So, jetzt kommt natürlich eine Sequenz, die ist mit einem Scharfschützen, der wäre wesentlich besser zu handeln, als ich jetzt hier mit der TMP. Schau, da ist ein Scharfschütz-Munition. Ach, nee, 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 nee. Okay, also ich könnte Ashley jetzt hier hochwuppen. Damit sie sich um die Kobel da umkümmert. Aber das, was passieren wird, ist, sie wird angegriffen werden. Und ich kann sie nur durch wegschießen. Unterstützen. Nochmal mal so. Ja, schau, schau. Ja, schau, 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 schau. So, da kommen die Knüppelköppel schon. Nein! Oh, das war schon einmal Ashley getroffen. Und da, boom, ist es gut. Gut. Hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. So. Ja. Ja. So, erster Blick ist oben. Bitte nicht. Danke. Ja, wenn jetzt hier natürlich noch so ein... ...was Plagersknecht wobei hast, denn das ist halt natürlich richtig nervig. So, da oben haben wir ihn. Den Baller mal weg. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Das sieht ja ganz gut aus. Na ja, mach mal locker, du bleibst erstmal da oben. So, komm mal runter, Mäuschen. Boop. Das hätten wir. Uh, das ist okay, das ging ja noch ganz gut mit der TMP. Bis auf den einen Fail natürlich, aber na ja. Nobody is perfect. So, dann hütteln wir hier mal rüber. Die hört sich hier jedes Mal an wie so ein kleiner Anime-Charakter. So. So. Bums Valera. Und... Das sieht auch immer krass aus hier, ne? Sieht einfach so kopfüber hier runterhängen von der Decke. Das ist schon... Das ist schon nicht ohne. Das nehmen wir. Ja, und die Tür, die ihr gerade gesehen habt. Ähm... Oh, was haben wir da? Eine Granate. Okay. Ähm... Die führt zum Skistand. Ähm... Der Skistand. Wie erkläre ich jetzt den Skistand? Im Endeffekt, es ist... Der Skistand ist der Skistand und wenn ihr... Bei den Pappfiguren, die halt hochschnallen, irgendwie einen gewissen Punktestand erreicht, irgendwie bekommen wir gewisse Belohnungen. Ähm... Das können irgendwie folgt Kronkorken sein, auf denen so kleine Figuren stehen halt von den Resident Evil 4 Charakteren. Oder auch Geld oder ich glaube auch Munition kriegt man da auch. Ähm... Ich hab's damals auf der Playstation 3 bin ich der Meinung. nochmal gespielt. Ähm... Und im Platin raus zu wuppen, irgendwie musste man das relativ exzessiv machen, irgendwie. Und ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich den Skistand komplett klären werde. Oder, äh... Auf jeden Fall werden wir mal reinschauen. Ah... So, nice. Wir können die Feuerkraftpiste erhöhen. Das tun wir. Und... Feuerkapazität... Feuergeschwindigkeit bei mir auch mit. Ladegeschwindigkeit... Ich... Naja... Ich bin eigentlich recht zufrieden. So... TMP... Oh, nice. Da kann man auch nochmal raufsetzen. Auch da ist die Ladegeschwindigkeit eigentlich adäquat. Was ist er verkauft? Was ist er verdient? Was ist er verdient, Herr Strangster? Und hier sagen wir... Wir verkaufen den Gold Armreff. Gibt es alles? Die Maske... Für 20.000 sind es schön. Gibt es alles? Gibt es alles? Die Kiste... Gibt es alles? Die Kiste ist alles? Gibt es alles? Ja, und wir stehen recht gut mit der Kohle da. Wie gesagt, man kann immer noch überlegen, jetzt quasi das Sturmbegehör zu kaufen. Aber, naja, ihr seht, die Bude ist voll. Bis unter Dach. Von daher. Und selbst im aufgeräumten Zustand, wie? Jetzt ist es nicht einfacher, sich hier so ein halbautomatisches Gewähren zu pflastern. Wir haben halt fucking keinen Platz. Es ist ärgerlich, aber so ist das jetzt erstmal. Naja, der Punkt wird schon noch kommen, wo wir es uns holen werden.